Geduld Wäre das Alte Testament ein Seminar für das Coaching von Führungskräften oder dergleichen, so könnte dessen Titel lauten Geduld. Jahr um Jahr warten Abraham und Sarah auf ihr Kind. Sieben Jahre dient Jakob für seine Frau und im Anschluss noch einmal sieben Jahre für die, die er wirklich liebt. 40 Jahre ziehen die Israeliten durch die Wüste. Mehrere Jahrzehnte Exil müssen sie durchstehen. Warten auf Rückkehr, warten auf den Messias, warten, warten, nix als warten. Der Glaube an Gott scheint eine einzige Geduldsprobe zu sein. Heute reißt manchem der Geduldsfaden. An der U-Bahn, an der Supermarktkasse oder beim Arzt. Es nervt, sich gedulden zu müssen. Zeit liegen zu lassen frisst meine Lebenszeit auf. Und wie lange müssen wir eigentlich noch Corona erdulden? Warten müssen ist ein Angriff auf meine Selbstbestimmung. Wo bist du jemals ohnmächtiger gewesen als in einem Wartezimmer? Zu warten bedeutet doch, Zeit zu verlieren. Warten heißt, etwas zu verpassen. Tempo im Beruf und im Privatleben suggerieren, ich habe mein Leben im Griff. Ob das wirklich so ist? Wer Highspeed fährt, rast an mancher Sehenswürdigkeit vorbei. Warten, lehren Kulturanthropologen, warten kann eine Kulturtechnik sein. Die Zwangspause des Wartens kann sich unter der Hand in Geschenkte, in kostbare Zeit verwandeln. Das Warten kann einem überraschend Zeit schenken, für eigene Gedanken, soziales Miteinander oder fürs süße Nichtstun noch besser. Meine Frau hat in der Warteschlange fürs Einschreiben an der Uni spontan eine andere Studentin kennengelernt. Die Freundschaft hält bis heute. Als neulich der Wald neben der A7 brannte und wir im Stau standen, haben wir ein unendlich gutes Hörbuch gehört. Und mit dem Wohnmobil sind wir wegen irgendwelcher Staus an Plätzen gelandet, wo wir nie hinwollten und wo es doch gut war, genau dort gewesen zu sein. Aber vielleicht ist derlei auch der Urlaubsstimmung geschuldet oder zu verdanken. Meist reißt einem ja der Geduldsfaden. Auch jetzt, ungeduldig, wollen viele die Masken loswerden. Mürbe vom Warten, wollen wir doch alle unser altes Leben zurück mit Umarmungen, Konzerten, Theater, Urlauben und keinerlei Einschränkungen mehr. Woher diese Ungeduld? Es liegt wohl daran, dass wir mit der Welt nicht mehr eins sind und auch keinen treuen Gott hinterm Horizont erwarten, der die Erfüllung solcher Sehnsüchte mit sich bringt. Geduld lohnt sich nicht. Das scheint ein Grund und ein Grundgefühl unserer Zeit zu sein. Für das Leben und auch für den Glauben braucht es aber Geduld. Der Glaube an Gott ist eine Geduldsprobe. Das geht nicht in frommer Ergebenheit. Auch Auflehnung und Frust ist zu spüren, wenn man im Alten Testament liest. Aber ebenso ist den Menschen dort immer wieder für einen Moment oder länger abzuspüren. Weil Gott verlässlich ist, können sie auch die Dehnung der Zeit aushalten. Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann, sagt Leo Tolstoi. Zig Jahre warten Abraham und Sarah schließlich und wieder alle menschliche Prognose schenkt ihnen Gott einen Sohn. Jakob dient um Rahel sieben Jahre und es kommt ihm vor, als seins einzelne Tage so lieb hatte er sie. Jakob kann warten in der Aussicht auf die Erfüllung seiner Liebe. Die Israeliten warten und warten in der Hüste und in der Verbannung, wo sie aus ihrem alten Leben, aus ihrem normalen Leben hinverschlagen wurden. Und sie entdecken in dieser Krise, in diesem Warten müssen, ihren Gott neu. Sie entdecken einen Gott, der mitzieht mit ihrem kleinen, großen Elend, der sich als kommende Macht ihnen andient und als kommender Gott sich ihnen präsentiert. Und sie erleben ihn als einen treuen Gott, der sagt, das Warten lohnt sich, das Vertrauen lohnt sich. Geduld hat, wer Hoffnung hat. Hoffnung hat, wer der Erfüllung von etwas entgegenlebt, was versprochen wurde. Jesus wurde gefragt, bist du es, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer an mir nicht irre wird. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank.